Und das heißt aber, dass wir eine Dynamik erzeugen müssen als Gesellschaft, als Welt, in der wir in einen, sagen wir mal, kooperativen Wettstreit der besten Ideen treten, um zu schauen, wie wir mit innovativen Ideen diese Herausforderungen lösen können, zum Beispiel der Klimakrise. Elisabeth Sechser will Gutes Neues Arbeiten. Gutes Neues Arbeiten für alle.